Hi! Willkommen zu einem neuen Askerl von Smogent Grill Oberzeller. Heute mal vom Polenmarkt. Und wie ihr das seht, gibt es hier viele kleine Leckereien. Ich probiere heute mal hier, wie man sieht, Schaschlik. Echt polnisch. Von großen Spießen nach 100 Gramm. Kosten 2 Euro. Das sind jetzt ein bisschen mehr, 200 Gramm mit Ketchup und Brötchen. Ich will das Ganze mal probieren, wie das schmeckt. Sehr geil. Soll ich euch das zu empfehlen, wenn ihr mal am Polenmarkt seid und ein bisschen einkaufen, könnt ihr ruhig mal hier ein Imbiss anfahren, mal probieren, wie das Ganze schmeckt. Dafür sind wir auch bekannt. Wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben oder ein Abo oder einen Kommentar. Zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Oh, ich glaube, was ist der Name, macht's gut. Baba. Ein Pferd auf! Vielen Dank.